Eigentlich sollte ich das mit den Outfits bei allen Spielen machen, oder? Schreibt es mir mal in die Kommentare, wie ihr das finden würdet. Ich feiere das jedes Mal, mich, bevor ich jetzt hier hinsetze, einfach mich zu verkleiden und ich finde es irgendwie cool. Das Feeling ist gleich direkt viel mehr da. Ja, und damit Servus und herzlich willkommen zurück bei Flayful Dodo. Wir spielen heute weiter Espresso Tycoon. Ich habe versprochen, dass ich die ganze Story durchspielen werde, also mache ich das auch. Und hier sind wir in Espresso Tycoon. Wir gehen jetzt ab in unser neues Café. Ihr wisst ja, eine neue Kampagne. Also, die Kampagne hat jetzt die neue Mission gestartet. In der Kampagne hat die neue Mission gestartet. Oh Mann, das kann lustig werden. Und ja, wir gehen rein. New Mexico hieß es ja. Ich bin sehr gespannt. Fünf-Sterne-Hotel, ein Kunst-Café mit sehr wen gemähten. Ich bin gespannt, wie ich das meistern werde. Wir müssen viel Geld verdienen. Naja, auf jeden Fall wünsche ich euch ganz viel Spaß. Wir gehen rein ins Spiel. Let's go. Hier steht das Kunst-Hotel. Ziel der Mission habe Gemälde Mona Lisa, Sternenlacht, das Mädchen mit dem Perlenohr, äh, Perlenohrgehänge. Und noch viel mehr Gemälde. Aber witzigerweise sind genau diese, glaube ich, alle in Animal Crossing. Ist die Sternenlacht? Ne, die Sternenlacht ist nicht in Animal Crossing New Horizons. Naja, schade. Auf jeden Fall gehen wir rein. Auf jeden Fall gehen wir in einem Koffeeshop in einem fancy 5-Star-Hotel. Fancy. Es sollte leicht sein. Ah, geil. Okay, also nach meinem Mission soll das einfach werden? Wir werden mal gucken. Oh, es sieht auf jeden Fall richtig fancy aus. Wow. Guckt euch das an. Ja. Okay. Oh. Machen wir den fancy Dodo? Ich glaube, wir müssen den fancy Dodo machen. Definitiv. Aber diesmal richtig geschrieben. Fancy Dodo. Weil dieses Hotel ist fancy. Also brauchen wir auch ein fancy Dodo. Äh, ich weiß nicht, ob das Grün... Doch, das Grün sieht eigentlich ziemlich schick aus. Ich glaube, ich bleibe meiner Farbe treu. Obwohl das Gelb natürlich auch richtig geil aussieht. Weil hier sehen auch alle... Alle Farben geil aus. Oh, das Schwarz wäre auch sehr edel. Blau kommt gar nicht raus. Ich sehe hier kein Blau. Das ist ja eher grau. Aber grün? Ja, wir lassen grün. Und wo ist meine Schriftart? Das hier. Ich weiß, das ist so... Ein bisschen... Nicht so fancy, diese Schriftart. Aber... Nee. Wir machen das. Sie mag es immer. Ja, fangen wir direkt mit der Mona Lisa an. Übrigens, diese Geräusche, die ihr hört, die sind nicht bei mir draußen. Also, falls ihr da einen Krankenwagen gerade gehört habt, die sind im Spiel. Bei mir fährt hier niemand rum. Deswegen, wundert euch nicht, falls ihr diese Stadtgeräusche hört. Die sind tatsächlich vorm Spiel. Dann haben wir auch hier das Feeling, dass wir wirklich direkt in der Stadt sind. Und 2000 Dollar sind echt wenig für ein Fünf-Sterne-Hotel. Mal gucken, wie wir da zurechtkommen. Okay, ich habe mich direkt ein Stück nach oben platziert, damit ich hier euch nicht störe, an dem, was da zu sehen ist. Also, wir haben hier unsere Lobby. Das ist eine Lobby. Da gehen die Leute durch. Oh, das sieht ja richtig geil aus. Wow. Und Grüntöne passen perfekt zu der Marmortreppe. Wow. Habe ich gut gewählt, obwohl ich das nicht wusste. Okay. Wir brauchen direkt Mona Lisa. Ey, wie teuer wird das jetzt? Gemälde. Hier. 500. Die kosten alle 500. Okay, das geht ja noch. Das geht ja noch. Dann würde ich die direkt hier hin platzieren. So. Wieso geht das hier nicht? Wieso geht das nicht in der Mitte? Das ist ja doof. Das geht nur her. Das sieht aber doof aus. Dann mache ich die hier hin. In der Mitte. Ich will die in der Mitte haben. Nee, das wissen wir nicht. Was ist denn eine Statue von Venus de Milo? Eine Statue auch? Okay. Ja, klar, klar. Wieso nicht? Äh, speziell. Hier. Venus von... Oh mein Gott, mein ganzes Geld ist ja jetzt weg. Boah, ist die gemein. Die zwingt mich dazu, dass ich das mache. Die zwingt mich dazu. Ich hasse die Frau. Sorry, nee, ich mag sie. Sie ist sehr süß. So, die machen wir jetzt hier hin. So. Oh. Mann, jetzt ist der Tag vorbei. Ich habe nicht gestoppt. Ja, so. Ja, klar. Wir brauchen noch mehr. Ja, ja. Sowieso. Habe ich jetzt das Spiel angehalten? Ja. Kundenbewertung prüfen. Klicken sie auf den Bild? Ja, okay. Der sagt, es ist alles... Oh, Kinder darf ich jetzt haben. Oh, Kinder sind wie eine Gruppe von Tauben. Sie sind unbeschwert, lieben es zu schnattern und kommen immer zusammen. In einer Welt voller Deadlines und Stress sind sie eine frische Brise. Erwartet jedoch nicht, dass sie etwas zu ernst nehmen. Okay. Es ist ein Kind. Ja, Kakao oder so oder Tee oder koffeinfreier Kaffee, aber ganz ehrlich, Kindern schmeckt doch kein Kaffee. Also dieser Geschmack ist nichts für Kinder, oder? Also ich kenne kein Kind, das wirklich den Geschmack mag, auch wenn Koffein nicht drin enthalten ist. Hätte ich noch nie ein Kind gesehen, das Kaffee trinkt. Es fängt erst so mit 15, 16 so an, dass das kommt, dass man einfach müde ist und das braucht. So wie bei mir. Ich habe, also ich finde ja Kaffee-Geschmack auch immer nicht so geil, aber ja, ich brauche ihn einfach, um zu leben. Oh je. Gut. Wir brauchen Dinge für Kinder. Und ich habe fast kein Geld mehr. Ah. Okay. 300 Millilie. Wir geben denen so eine coole Tasse, die sie ja auch wirklich mögen. Ja. Dann machen wir mal die hier. Ja. Ähm. D. Ne. Little Dodo, weil das eben für die Kinder ist. Okay. Was mögen denn die Kinder? Die mögen Schlagsahne. Guckt. Und dicke Sahne zusätzlich noch drauf. Sie wollen es kalt haben. Anzahl der einzigartigen Belege. Oh wow. Kategorie Belag Garnitur. Das habe ich ja alles noch gar nicht. Zutaten Kategorie Sirup. Ja okay. Ihr bekommt was Kaltes. Matcha. Oh Matcha. Geil. Okay. Ich muss mal kurz gucken. Gibt es keinen Kaffee? Ich kann Limonade machen. Aber Schlagsahne auf Limonade drauf. Okay. Was machen wir denn? Ich möchte, dass was Leckeres wird. Sollen wir Milch und, kalte Milch und Schokoladensirup nehmen? Weil dann ist das eigentlich eh so ein bisschen wie Kaffee. Oder ist das eklig? Weil sonst müsste ich halt koffeinfreien Kaffee machen. Also sie wollen es ja frostig. Das kriege ich mit dem heißen, der heißen Schokolade nicht hin, glaube ich. Naja. Anzahl der einzigartigen Belege soll weniger als vier sein. Achso, okay. Okay, okay, okay. Okay, dann machen wir da drauf Eiswürfel, weil wir müssen ins Kalte kommen. Äh. Und dann machen wir noch kalte Milch. Hm, wie viel Temperatur haben wir jetzt? Fünf Grad. Ja, wir müssen die Eiswürfel leider richtig hochschießen. Und dann Schlagsahne und dicke Sahne. Dicke Sahne. Und wo haben wir Schlagsahne? Die Studenten lieben es auch. Wo ist denn Schlagsahne? Ach, das ist wahrscheinlich beim Topping. Ja. So, vielleicht noch ein bisschen mehr Schokolade. Schokolade, dann brauche ich aber noch ein bisschen mehr Eiswürfel, weil wir müssen es ja frostig machen. Ach, das geht gar nicht. So muss es sein. Ja. Und Schlagsahne. Bam. Oh, Kinderstudenten und Touris lieben das. Garnitur. Garnitur. Hier, keine geschnittene Zitrone. Ja, habe ich nicht. Tut mir leid, Kinder. Und, ah, denen gefällt Sirup. Uiuiui. Aber die wollen ja nicht so viel Topping haben. Das hassen die jetzt, oder? Nee, das mögen die. Wenn so ein bisschen Schokolade drauf ist, mögen die das. So. Gut. Frostig. Ach, Frostig geht jetzt wieder nicht. Jetzt aber. Ja. Und Garnitur habe ich leider nicht. Aber der Little Dodo ist fertig. Die Eiswürfel sind absolut eklig, aber... Stärke schwach. Genau, da ist kein Koffein drin. Es ist gar kein Kaffee drin. Es ist ja heiße Schokolade ein bisschen drin. Der Little Dodo ist fertig. So. Oh. Muss ich da auch gleich investieren? Toll. Ich habe es schon. Oh. Ein Handwerker. Ich will jetzt keinen Handwerker anstellen. Wisst ihr was? Ich lege jetzt mal los, damit hier mal ein bisschen was auf der Karte steht. Damit jeder mal ein bisschen was hat zum Bestellen. Weil es ist schwierig, wenn sie die ganze Zeit hier will, dass ich Geld ausgebe, Handwerker anstelle. Das ist noch gar nicht notwendig. Wisst ihr? Das... Das... Nee. Mm-mm. Wir werden jetzt hier mal ein paar Cafés machen. Wir machen wieder den Business-Dodo. Dodo. Dann machen wir was für die Geschäftsleute, dass die was haben. Die wollen einen mittelstarken Kaffee, sehr viel größer. Da ist 300. Dunkle Schokoladensauce. Basis. Die wollen eine Basis. Das heißt, wir geben denen ein Espresso rein. Koffein ist ein bisschen zu viel, oder? Nee. Doch. Nee, zu wenig. 100 wollen die. 100 Milligramm Koffein. Da ist immer da. Dann wollen die... Die Größe groß. Es darf nicht zu stark werden. Bis 250 Milligramm Koffein. Das ist aber egal. Ich bin stark. Okay. Dann packen wir da ein bisschen Milch rein. Oder? Sie wollen ja Basis. Basis mögen die. Hier. Dann geben wir denn heißes Wasser noch drauf? Tatsächlich. Das... Das spricht die an. Ja, sogar sehr. Äh. Okay. Ach, wie das so reinfließt. Es ist eigentlich... Naja, es ist ein Espresso mit einem heißen Wasser. Das heißt, es ist eigentlich ein großer Brauner dann, wenn man das durchmixt. Jetzt natürlich... Jetzt sieht man hier die Schichten. Aber wenn man das durchmixt, wäre es ein großer Brauner dann. Oder ein Verlängerter, wie man bei uns auch so schön sagt. Sagt man das eigentlich in Deutschland auch? Oh, schreibt es mir mal. Verlängerter. Einen verlängerten, bitte. Bitte. Einen verlängerten. So, wir brauchen dunkle Schokoladensauce. Blub. Und wir brauchen jetzt noch Milchschaum, weil die wollen ein bisschen Latteart haben. Und zwar die Rose. Aber es ist gerade ein bisschen zu voll geworden. Das wollen wir nicht. Genau. Folgt einem Zeichen... Nee. Kalorien hoch. Ah, Kalorien. Die sind noch zu niedrig. 88 erst. Und die wollen... Oh mein Gott. Die wollen 250 Kalorien? Na, okay. Ah, ihr Gottes. Richtig viel Schokoladen. Shirup. So. Oh, die Hipsterfeinds auch. So, jetzt noch die Rose und dann müsste... Rosette. War es jetzt die Rose oder die Rosette? Oh, blau. Es ist blau. Sorry. Es ist blau geworden. Applaus für mich. Applaus für mich. Die Geschäftsleute werden sehr viel Geld da lassen bei mir. Toppings brauchen die gar nicht mehr. Aber wir wollen die irgendein Topping. Dann kann ich denen das noch ein bisschen attraktiver machen. Studenten. Die wollen alle kein Topping. Extras. Zutaten, Kategorie, Extras. Extras müsst ihr eigentlich... Ja, genau. Machen wir da noch eine Waffelrolle rein. Hat das jetzt was geändert? Das ändert gar nichts. Okay. Dann lassen wir das so. Das ist der Business-Todo. Tja. Dann brauchen wir noch einen Café. Und zwar für Hipster. Senioren. Ja, Hipster. Wir machen es mal für die Hipster. Kommen die Hipster hier rein? Ja, doch. Doch auch. Ja, klar. Senioren. Ah, da werden viele da sein. Fünf-Sterne-Hotel. Senioren. Ja, ja. Die gönnen sich was. Die gönnen sich was. Das heißt, ich mache mal einen für Senioren. Ich muss ja nicht gleich alle hier vertreten. Hauptsache, ich habe Kinder. Geschäftsleute sind hier sicher sehr viele. Senioren. Touris wäre auch wichtig. Ich weiß nicht, wie das Spiel das handhabt, das wirklich so nach Wahrscheinlichkeiten gemacht ist, dass hier eher weniger Studenten sind, weil die können sich kein Fünf-Sterne-Hotel leisten. Also, die meisten Studenten können sich kein Fünf-Sterne-Hotel leisten. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das Spiel das handhabt oder ob da einfach so Zufall generiert wird, wer da kommt. Keine Ahnung. Koffein mal mittel. Okay, wollt ihr irgendeine Temperatur heiß? Okay, dann bekommt die einen heißen Kaffee mit heißem Wasser. So, meine lieben Senioren. Heiß. Es ist zu heiß, oder? Temperatur 95. Oh ja, es ist zu heiß. Schonglieren ein bisschen. Noch immer zu heiß. Dann machen wir das ein bisschen ausgeglichener mit kaltem Wasser. Ja. Passt. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Aber wie gesagt, muss man nur durchmixen. Zutaten-Kategorie-Extras. Die wollen Extras. Die wollen eine Waffelrolle. Und was gefällt denen noch immer nicht? Ich meine, ihr habt ja jetzt extra. Irgendwas fehlt denen. Ihr wollt mehr. Ach, hier. Okay, dann kriegt ihr noch. Kriegt ihr noch ein bisschen von dem da rein. Sieht's jetzt aus? Oh, Senioren. Extra groß. Ja, ja, wartet mal. Da kommt noch dicke Sahne drauf. Und dann ist es extra groß. Kalorien sehr wenig. Wie soll ich denn das machen? Ey. Extra groß. Aber Kalorien sehr wenig. Boah, das wird schwierig. Nee, jetzt feiern die das nicht mehr, weil es nicht mehr koffeinhaltig ist. Hä, wie soll ich denn das machen? So. Die wollen... Die wollen... Äh, Koffein... 200... 100 mindestens. 100 mindestens. So. Aber Kalorien wollen die nur 50. Da hab ich halt 78. Weil... Die dicke Sahne. Kann ich da was anders drauf machen? Keine Sahne, sondern anders extra. Oh, üh. Limonetten-Litonade. Äh. Hat das weniger Kalorien? Näh. Naja, doch. Aber trotzdem 50. Wasser hat ja keine Kalorien. Wie soll man das schaffen? Vielleicht mit Tonic? Mit Tonic wird's wahrscheinlich funktionieren. Äh, Limonetten-Litonade im Kaffee. Habt ihr das schon mal getrunken? Also... Äh. Das war ein Old Dodo. Aber ich hab jetzt für die Hipster gleichzeitig auch was. Das ist ziemlich gut. Dann lassen wir das so... Die Waffelrolle kann ich wegnehmen. Die wollen die nicht. Das war das andere extra. Oh! Oh, es ist blau geworden! Hä? Ohne der Waffelrolle ist es extra... Äh, ist es blau? Ja, geil. Ach, das waren die Kalorien! Ja, okay. Ich versteh's. Das waren die Kalorien. Der Old Dodo. So. Jetzt bestellen wir mal alles, was hier fehlt. Heiße Schokolade. Dicke Sahne. Schokoladen-Sirup-Schlagsahne. So, das reicht mal, weil sonst merke ich mir das nicht. Ich hab's mir jetzt schon nicht gebeten. Heiße Schokolade. Ich muss ein bisschen aufpassen mit dem Geld. Ah, vielleicht mache ich nur Level 1. Ja. Ich mache nur Level 1. 1 Sterne. Ich weiß, 1 Sterne. Ich durfte in einem 5-Sterne-Hotel. Aber the money. Ich muss aufpassen auf the money. Heiße Schokolade. Dann brauchen wir... Äh... Ich glaube, beides. Dunkle und normale Schokoladen-Sirup. Ich glaube, es wäre beides gewesen. Aber wir bestellen mal dicke Sahne. Schlagsahne brauche ich auch noch. Eis brauche ich gar nicht. Hier, dunkle Schokoladen-Sirup. Nummer 5. Zitronen-Sirup. Das war ja Limettensaft. Genau. Limettensaft. Butter? Nee. Schwarztee? Nee. Was war nochmal? Schlagsahne. Aber das war gerade noch nicht dabei. Heiße Schokolade? Hab ich. Dicke Sahne? Hab ich. Schokoladen-Sirup. Den normalen? Genau. Dunklen Schokoladen-Sirup hab ich bestellt. Milch aufschäumen brauchen wir noch. Limettensaft hab ich bestellt. Okay. Dann... Bedeutet das, ich brauch noch Schokoladen-Sirup und... Schlagsahne. Normales Schokoladen-Sirup. Und... Dunkle hab ich. Den hab ich. Dunkle hab ich. Zitronen-Sirup brauch ich nicht. Ich brauch Limetten. Saft hab ich bestellt. Toppings. Das war dann nur die Schlagsahne. Genau. Sehr gut. Künfe auch. Gut. Dann... Hab ich das soweit. Und sie will jetzt, dass ich da einen einstelle. Ja, aber... Ich guck mal auf das Geld. Ich guck mal bei den Mitarbeitern kurz nach, wer grad für mich arbeitet. Zeitplan. Der will vormittags arbeiten. Dann würde ich dich gleich mal nach vormittags verschieben. Weil dann bist du motivierter. Der Pedro. Und der Pedro ist... Oh, ich... Wieso hab ich so viele... Ach, die kann ich anheuern. Angeheuern. So, Pedro. Hier. Neutral. Die Atmosphäre hier ist toll. Ich freu mich auf das nächste Training. Ich mag meine Arbeitszeit nicht. Den magst du jetzt? Mein Gehalt ist hier... Hier ist in Ordnung. Einfach nur gut. Okay. Gut. Ja, die wollen, dass hier hier so ein Handwerk... Ach, der ist so teuer. Wer ist denn der günstigste? Hier, der James. James, du willst nachts arbeiten und bist sensibel. Ich find das okay. Also, James, ich fühl das. Ich fühl deine Sensibilität. Du kriegst jetzt einfach weniger Geld. Ähm... I'm sorry, aber ich muss hier auch ein bisschen gucken, dass ich hier auch vor Progress mache. Und du darfst arbeiten in der Nacht. Das ist vollkommen okay für mich. Dann reparierst du alles in der Nacht. Hier, du darfst ab... Ab 8 Uhr kommst du. Bis 4 Uhr darfst du arbeiten. Sehr gut. Und Barista, ich werd noch einen anstellen. Ja, ich werd noch einen anstellen. Einen, der mittags oder abends arbeiten möchte. Hier, Barista. Anheuern. So, hier. Sie vielleicht länger als... Ach, 6 Stunden, 8 Stunden, 8 Stunden. Genau, vormittags und abends. Hier, der Frank White will... Will. Frank White will. Switch ich wieder ins Englische. So, er ist optimistisch. Und Dienstalter ein Jahr. Okay, er kennt sich noch nie so aus, aber das ist vollkommen okay. Okay, mein lieber Frank. Du bist angeheuert. Du bist engagiert. Und darfst hier kommen. Guck. Von 2 bis 2. Genau. Und dann ist bis 10 offen. Der Handwerker ist ab... Ach, da. Das ist auch okay. Reinigungsdienst brauchen wir gerade noch nicht. Gut. Feilig. Oh, ich bin gespannt. Genau. Completing the mission. Das ist jetzt eh... Struggle. Weil ich habe jetzt schon ein Gemälde. Oh, ich brauche so viel. So viel Sachen. Das wird teuer. Wir müssen sehr viel Geld machen. Wir müssen wirklich sehr, sehr viel Geld machen. So, und ich kann die nicht austauschen, weil ich gerade nicht genug Geld habe, um mir die Smig zu kaufen. Das heißt, ich habe keinen Milchaufschäumer. Das heißt, dieses eine Gericht mit dem Milch, das klappt halt nicht. Das klappt nicht. Das Café ist noch nicht geöffnet. Das ist auch gut, weil ich habe noch gar keinen... Dieser Café ist geschlossen. Genau, dieser Café ist geschlossen. Ich habe noch keine Zutaten. Ich kann noch nur Espresso machen. Und davon nur 14. Das heißt, ich muss Bohnen bestellen. Ich muss ganz dringend Bohnen bestellen. So, da kommt jetzt auch nur der reine Espresso. Sorry. Ich muss sparen. So. Gut. Dann warten wir mal, bis die Drohnen kommen. Wo kommen die denn hin? Wo liefern denn die ab? Es ist eine Frage, die ich mir stelle. Drohnen? Team Monalise. Oh, da. Oh. Direkt da hin. Ja, cool. Dann öffnen wir jetzt das Café. Öffnen. Haustiere sind auch erlaubt. Ich meine, wahrscheinlich im Hotel nicht. Aber bei unserem Café sind die erlaubt. Dankeschön, liebe Drohne. Was fehlt denn noch? Dicke Sahne. Milch auf Schäumer. Limettengesaft. Ein bisschen was fehlt noch. Dankeschön, Drohne. So süß, wie die reinkommt und dann wieder geht. Okay, Forschung, Forschung, Forschung. Wir müssen an Snacks forschen. Und an, ähm... Ja, Snacks ist jetzt mal das Wichtigste. Ich kann doch nicht. Erst bei der zweiten Bohne. Uff. So. Old Dodo. Es ist nicht mein Lieblingscafé. Vielleicht war ja Old Dodo heiß. Ja, hier habe ich mal sechs. Oha, geil. Okay. Der Tag ist schon wieder vorbei. Wir haben nur einen Café verkauft, leider. Aber ist nicht schlimm. Wir überspringen die Zeit. Da, da kommt die letzte Drohne. Und wieso kann ich... Ach, wegen dem Business. Ah, wegen dem Milch auf Schäumer. Ja, Mist. 300 brauche ich dafür. Verkaufe ein bisschen was. Verkaufe drei Cafés, erhalte zehn Stilpunkte. Okay, da brauche ich nur mehr zwei Cafés verkaufen. Dann habe ich die zweite Bohne. Dann kann ich die Vorschung in den Angriff nehmen. So, Leute. Bitte kommt. Und verkauft was. Die ist schon wieder gegangen. Na toll. So. Sie können was kaufen. Ja, Little Dodo zum Mitnehmen. Das ist ein Kind, oder was? Nee, ein Turi. Aber die merkt das. Und da kommt eine Katze. Süß. Süß. Und er ist ein Hipster. Da haben wir auch was für dich. Für dich ist der Old Dodo da. Okay. Nenne deinen Kaffee. Ach, jetzt kann ich das endlich tun. Achso. Nee. Ein Seuchenkaffee. So, wir haben ein Level Up bekommen. Sehr cool. Und dann kann ich mir direkt die Maschine kaufen. Das hat jetzt Priorität. Genau. Dann können wir auch Milch aufschäumen. Und als nächstes würde ich gerne ein bisschen trainieren, damit die nicht mehr ganz so schlecht sind. Und dann Stühle kaufen. Das steht definitiv an. Weil Stilpunkte ist egal. Da habe ich echt viele. Weil es ist generell schon so schick hier. Ich verkaufe zehn Kaffees zum Mitnehmen. Haben wir da was? Was ist denn da? Also zwei Stück haben wir. Nadelhardt wie du kann man ein paar bestellen. Boah, die sind teuer. Die sind sauber teuer. Was ist denn los mit dir? Letztendlich habe ich gar nichts bestellt. Wieso denn? Eine Einrichtung hier hat so viele sich ständig wiederholende Elemente. Ich wünsche mir gerne hinsetzen und einen Kaffee trinken. Also es gibt keinen Platz. Sind die voll? Oh ja, die sind voll. Ja, mache ich gleich. Ich will nicht zu hart ins Minus kommen. Das ist tragisch. Forschung. Genau. Forschung. Das ist wichtig. So, Snacks. Das stellen wir mal. Jetzt erst mal einen Gegenstand ein. Und hier auch. Da machen wir Basis. Basis und Extras. Business Toto zum Mitnehmen. Sehr gut. Bestell zum Mitnehmen. Ja, du bist aber ein bisschen krantig jetzt. Zufälle ständig wiederholende Elemente. Ja. Der Barista könnte seine Fähigkeit verbessern. Ja, 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 ja. Oh, ich habe Trinkgeld bekommen, weil das ein Business-Geschäftsmann war. Ja, aber die sind richtig angepisst wegen der Einrichtung. Ey, Leute, beruhigt euch mal. Kommt. So, ihr bekommt jetzt... Was ist denn das für ein Tisch? Hm, weiß ich nicht. Ich habe so viel noch nicht freigeschaltet. Das ist sehr tragisch. Hier, kann man das irgendwie braun ver... Oder grün? Ja, aber sind die so nobel? I don't know. Hier, das wird gehen. Das hat so ein Tischtuch. Das ist süß. Die kann man nehmen. Oder? Ist das hässlich? Antik. Antik. Antik passt eigentlich ziemlich gut hier rein. Wie bauen wir denn das auf? So. Das ist ziemlich teuer. Eiei, ei, ei. Moderne Plastikschule. Oh, jetzt gibt es eine Couch. Oh, wow. Wie viel kostet die? Nur 90? What? Wie geil. Jetzt gibt es endlich Couches. Boah, ich bin so gespannt, was in Sandbox-Modus alles möglich ist. So, aber damit die wenigstens sitzen können, muss ich jetzt erstmal auf die günstige Schiene gehen. Darf ich es umstellen? Danke. Ich will das nämlich gerade hinstellen. So. Und wisst ihr was? Ihr bekommt jetzt noch eine hübsche Lampe oder irgendeine Pflanze hin. Genau. Blaue Ochidee. Die ist nicht blau. Die ist rosa. So. Sieht jetzt nicht ganz so schick aus mit den Stühlen, aber... Was ist das? Preis 8 nur? 3? Oh Gott. Damit mache ich aber nicht gut Geld. Gnallheit wie du. Ich glaube, wir müssen ein bisschen mit dem Preis raufgehen. Eist Coffee? Mach mal einfach mal. Americano. Wieso nicht? Dann habe ich einfach mehr... Mehr zu bieten. Hier. Passt schon. Mehr Auswahl. Guck, der bestellt das gleich. Den hier. Und wieso bist du unhappy? Der Barista. Ja, der weiß nichts über Milch und über Kaffee. Ich weiß. Der Barista gibt sich Mühe. Der gibt sich wirklich Mühe. Und darf was über Milch lernen. So. Es wird verkauft, meine Liebläute. Es wird verkauft. Und wir können schon Croissants anbieten. Hier, bitteschön. There you go. Die Croissants sind im Angebot. Überspringen. Es läuft. Es läuft. Es ist ein guter Start. Ist ja noch nicht im Minus. Obwohl das jederzeit passieren kann. So. Einmal reparieren hier. Mit der Einrichtung bin ich noch nicht zufrieden. Aber ich muss sowieso erst mal gut aufgestellt sein. Damit ich wirklich gut Geld verdienen kann. Damit das Ganze funktioniert. Weil ihr habt gesehen, wie viel Gemälde ich kaufen muss. Die kosten alle 500. Oh mein Gott. Das wird teuer. Aber gut, dass die so brav einkaufen hier. So. Was ist mit dir? Du bist auch noch schlecht. Improvest das auch gleich mal. So. Ja. Kauft ein. Cha-ching, cha-ching, cha-ching. Ja. Ich höre es. Ah, es ist gut. Das fühlt sich gut an. Hier auch eine blaue Zahl. Das ist immer gut. Da haben wir Croissants verkauft. Toll, toll, toll. Dein Fancy Doll wurde ausgezeichnet. Zauberstes Café Shop in der Stadt. Sehr cool. Zwei Tische, aber gut. Yes. Cha-ching, cha-ching, cha-ching. So. Und du musst jetzt wieder abhauen. Oder? Nee, bleibt noch ein bisschen. Bleibt noch ein bisschen. Acht Stunden Arbeit. Ja, ja, ja. Wow, jetzt läuft's. Ja. Guter Tag. Guter Tag. Hier stinkt's. Die Katzen hinterlassen immer ihre Fußbälle. Sind die eigentlich angepisst? Nee. Sind die nicht angepisst? Der Little Dodo ist... ...günstig. Oh, was ist hier los? Stopp, 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 stopp. Wasserfilter. Wasserfilter. Wenn ich keinen Wasserfilter hab, hab ich ein Problem. Oh mein Gott. Wasserfilter, 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 Wasserfilter. Wo ist er denn? Hier. Wir brauchen einen Wasserfilter. Oh, die sind sau teuer hier. Die sind ja unglaublich teuer hier. Die kommen erst in 13 Stunden. Bekommst du 131... Ja, ich will stornieren, weil... Ich brauch da sofort welche. Okay, ich bestell... Ach. Oh Mann. Die kosten ja alle so viel. Wenn ich die sofort bestelle. Das ist ja fast kein Unterschied. Aber wieso erst in 13 Stunden? Hier, die kommen in 3. Und die in 13. Gut. Dann bestelle ich hier mal 3, die in 3 Stunden kommen. Wieso? Die kommen in 9 Stunden. Dann bestelle ich hier nochmal 5, die in 9 Stunden kommen. Frechheit! Absolut, die Frechheit! So. Klar, wir können ein bisschen mehr in der Forschung machen. Gehen wir auf 2 Sachen. Und hier nehmen wir noch Sitze und Tische. Und gehen auf 3. So. Nur Milchbestellung. Ja, mach mal. Acht Einheiten. So. Wann kriege ich denn die nächste Bohne? Bewertungen brauche ich noch. Okay. Ja, ich habe noch zu wenig Kunden gehabt. Hier. Cupcakes gibt es jetzt auch. Bitte schön. Oh, die sehen lecker aus. Ich will die auch haben. Die sehen mega, mega gut aus. So, also das ist schon echt schwieriger von der Herausforderung her. Also wirklich. Also wirklich. Mal gucken, ob ich noch was nachzubestellen habe. Kaffeebohnen habe ich gut. Welche hier? Limetten auch. Das ist gut. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Ja. Das sieht sehr, sehr gut aus. Gut, dann überspringen wir direkt. Und trainieren mal unsere Bräste ein bisschen besser. Und dann gehen wir auf die Einrichtung. Oh, die kostet viel. Oh mein Gott. Teuer, teuer, teuer. So, du darfst jetzt mal hier auf Kaffee trainieren, auf Milch trainieren und auf Kunst trainieren. All mein ganzes Geld ist weg. Das habe ich jetzt gerade nur in dich investiert. Also mach gute Arbeit. Ich habe gerade alles für dich ausgegeben. Kleiner Erdbeerkuchen. Oh, yay. Kleiner Erdbeerkuchen. Oh, süß. Yay, da hat sich gerade jemand gefreut. Das ist doch schön. Wir gucken jetzt da ein bisschen zu. Na, geht es euch gut? Ganz viel Negativstimmung. Weil der Barista zu schlecht ist. Aber das wird... Och, guckt euch die glücklichen Leute an. So semi-glücklich. Stop, stop, stop. Was kommt da gerade alles rein? Barista Pedro hat die Fähigkeiten verbessert. Sehr schön, Pedro. Das hast du toll gemacht. Und einnehmen tust du auch gleich richtig viel. Weißt du, ich bin richtig stolz auf dich. Weißt du das eigentlich? Du darfst nämlich jetzt direkt noch was verbessern. Und zwar Kaffee auf gut. Dann bist du nicht mehr schlecht, sondern gut. Das ist doch schön. So. Und der nächste Barista, der jetzt kommt, den trainieren wir dann auch gleich mit dem, was der einnimmt. So, lieber Frank, du darfst auch trainieren. Und zwar auch deine Kaffeesachen und deine Kunst. Und jetzt bitte verdiene Geld, weil sonst bin ich auch geschmissen. Hier. Ein Cupcake ist jetzt da. Okay. Hier sieht alles gut aus. Wie ist denn, ähm... Wie ist denn das mit dem... Zum Mitnehmen Sachen? Hm. Ein Megateca habe ich genug. Toll. Das ist sehr, sehr toll. Gut. Dann gucke ich mal, was ich hier bei den Snacks neu habe. Kleine Apple-Kuchen. Habe ich den Cupcake nicht gesehen? Ich habe den Apple-Cupcake nicht gesehen. Ah ja, nur guck, dass das was bringt, dass ich da mehr hinstelle als ein. Ich glaube nicht, dass das das bringt. Gut, dann kann ich mal gucken, was wir hier bei der Deko haben. Wir haben schon was Neues erforscht, oder? Nicht wirklich. Doch, der hier. Königliche Stuhl. Abgenutzt. Why? Ist der günstiger? Nee, der ist nicht günstiger. Hä? Ist einfach nur abgenutzt. Aber teurer. Verstehe ich nicht. Ich feiere den Stil hier von dem Stuhl. Ich glaube, auf die Schiene gehen wir. Und irgendwo machen wir eine Couch-Area hin. Wie sieht es mit den Tischen aus? Ja, da habe ich halt noch nicht viel erforscht. Das fehlt halt noch. Ja. Lampen. Die sind doch schick. Nee, die sind so Kinderzimmer-mäßig. Oh. Oh. Metall-Lampe. Retro-Lampe. Da kann man nur Rot wählen? Ja. Und hier? Och, die ist aber auch. Also, die passt hier ins Ambiente, finde ich. So ein bisschen. Aber ich glaube, mit der würde ich gehen. Nee, mit der. Oder die hier. Die Oldie-Lampe. Die wurde noch nicht erforscht. Ja, aber die... Ich weiß nicht, die passt hier nicht so in den Vibe rein. Die... Keine Ahnung. So, der wird schon angepisst, weil du zu lange brauchst. Kriegst Rabatt. Hier, du kriegst auch Rabatt. Und du kriegst auch Rabatt. So, seid glücklich. Seid glücklich. So. Müll wegräumen. Wie geht's dir, Frank, mit der Ausbildung? Er ist fertig. Mach mal Milch noch. Und Kunst noch. Überspringen. Hey, Leute, es läuft. Oh, ich hätte gucken müssen, ob ich was brauche. Nein. Aber es läuft doch. Oh, yay. Herzlichen Glückwunsch. Dein Café hat den Standard erreicht. Ja, drei goldene Bohnen. Wir haben 500 extra bekommen. Das ist natürlich richtig geil. So. Ordentlich bewässert hier, meine ganzen Pflanzen. Gut. So, mein lieber... Äh... Wie heißt der? Pedro. Pedro! Wir machen dich jetzt bei Milch auf gut. Und... Ja, ich mach dich ganz auf gut. Ich bin in Gönnerlaune gerade. Mit den Ausbildungen. Aber die wollen jetzt auch mehr Geld. Ich würde gerne mehr Geld verdienen. Stimmt. Das habe ich ein bisschen vergessen. Dass die ja dann mehr Geld wollen. Ähm... Frank, du kriegst schon mal hier... 50. Das ist vollkommen okay. Ein Flashmob hat sich vor deinem Café versammelt und zieht Aufmerksamkeit sowie schaulustige Anbewertung plus 15. Ach, wie witzig. Ach, wie witzig ist das denn? Oje, die werden alle sauer. Oje, weil der zu lang raucht. Das ist natürlich doof. Oh, den habe ich schon Rabatt gegeben, oder? Nee, habe ich nicht. Ei, ei, ei. Schneller, Pedro, schneller! Ich muss noch weitere anstellen. Dass die immer zu zweit sind. Das geht so nicht. Das geht so wirklich nicht. Ist ja auch schon angepisst. Was passiert denn, wenn das rote Smiley auch abläuft? Das stellen sich immer mehr an. Jetzt kann ich keinen Rabatt mehr geben. Okay, stopp. Ich brauche einen Mitarbeiter. Anheuern. Ja, 12 Stunden, Agnes. Du bist toll. Nicht schlecht, nicht schlecht. Die ist überall nicht schlecht. Das heißt, die kann schon was. Verdient ein bisschen viel. Aber ist okay. Agnes, du machst das. Tja, Zeitplan. Agnes, bitte komm. Jetzt. Bitte komm jetzt. Sie will nachts arbeiten. Ach, was ist denn das? Das habe ich nicht geguckt. Wann die arbeiten will. So, das passt ihr noch. Das nicht mehr. Okay, dann kommt sie jetzt. Ist eh gut. Ich brauche genau jetzt, Leute. Wie sieht es denn bei den Stühlen aus gerade? Ist alles gut. Muss nicht repariert werden. Kann dir keinen Rabatt mehr geben? Ich habe sieben Rabatt rausgegeben. Der geht nicht mehr. Aber es ist zweiter Barista angekommen gerade. Hier, Rollkuchen. Lasst euch den Rollkuchen schmecken. Oh, die sind jetzt schon alle richtig sauer. Oh, jetzt sind sie aber wirklich sauer. Gehen die dann einfach? Ja, der geht. Der geht halt wirklich einfach. Letztendlich habe ich gar nichts bestellt. Achso, weil er sich hinsetzen wollte. Ja, das mit dem Hinsetzen kommt. So, mein lieber, äh, Pedro. Du bekommst jetzt mal eine Gehaltserhöhung, damit du mir hier nicht abspringst. Weil, das kann ja nicht sein. Jetzt habe ich dich hier ausgebildet. Und ich möchte nicht, dass du abspringst. So, ich gebe dir 75 pro Tag. Ich bin heute in Gönnerlaune. 75 pro Tag ist echt gut. Obwohl er nur, okay, er arbeitet acht Stunden. Das ist eigentlich schon krass, dass die Agnes zwölf Stunden arbeitet, weil zwölf Stunden hier stehen. Und, boah, das ist schon heftig. Oh, oh. Der Wasserfilter. Was ist jetzt passiert? Warum ist jetzt alles wieder... Hä? Ach, Herausforderung. Ich habe sie verpasst. Ich brauche Wasserfilter. Basis, Basis. Wasserfilter, Wasserfilter. Wieso wird mir das eigentlich nicht vorgeschlagen? Wie ist, was sagt denn er eigentlich? Diese Kaffeemaschine macht anständigen Kaffee, könnte aber besser sein. Ja, wenn ich das Geld habe, dann kaufe ich euch eine bessere Kaffeemaschine. Okay? Das habe ich aber aktuell nicht. Ich brauche doch noch irgendwas. Hier, dunkle Schokoladensirum. Geht noch. Geht noch. Der Wasserfilter wird knapp. Und die Kaffeebohnen. Da bestelle ich auch wieder welche nach. Obwohl, der Wasserfilter eigentlich... Hä? Nee. Ach, egal. Kaffeebohnen. Jetzt kriegt er auch den Herzensbrecher-Kaffee. So. Und dann mache ich mal ein bisschen was in der Deko. Einfach ein paar Stühle und Tische mehr. Hier, Vintage-Beistelltisch groß. Das ist so ein großer Tisch. Obwohl, wir könnten ja... Ein, zwei... Oha, jetzt geht es aber echt schnell. Ich wollte gerade sagen, wir könnten ein, zwei größere Plätze hinmachen. Dann passen da auch mehr Leute hin. Und jetzt... 1.500 Euro bekomme ich. Wow. Okay, neue Kaffeemaschine. Willkommen. So, dann würde ich das hier so hinmachen. Und hier. So. Und dann Stühle dazu. Und zwar... Oha, britisches Sof. Oh. Wow. Das ist aber auch cool. Da soll ich die Stühle nehmen. In grün. Das britische Sofa sieht schon sehr edel aus. Komm, das machen wir jetzt. Passt halt hier jetzt nicht mehr hin, wenn die so fett sind. Kannst du bitte aufstehen? Kann er nicht. Können Sie bitte aufstehen? Kann er nicht. Er weigert sich. Aber passt schon. Nein. Nein. Ach. Gut, sie hat sich noch nicht hingesetzt. Okay, sie will sich eh nicht hinsetzen. Gut, dann mache ich hier noch einen hin. Hat sie kein Gesicht? Das war gerade gruselig. So. Gut, dann. Neue Herausforderung. Spiele Musik Techno für sechs Stunden. Techno? Ich kann Techno spielen. Ich meine, ich finde es nicht so cool, aber hier in dem Fünf-Sterne-Hotel-Techno zu spielen. Aber, ey, ich würde da so abgehen. Wo ist es denn? Oha. Ich brauche... Ja. Jukebox. Die stellen wir jetzt mal hier hin. So, Lounge-Rock-Techno. Das Café hat gerade geschlossen. Es stört die der Techno auch nicht so. Sagen die irgendwas dazu? Die Musik könnte besser sein, aber Techno ist in Ordnung. Ich mag Rock wirklich nicht. Sie sollen andere Musik spielen. Jazz? Auch nee. Sie verwenden hier sehr billige Zutaten. Aha. Ey, das ist Techno und kein Rock, Leute. Ich brauche noch mal Nachhilfe. So. Sieht gut aus. Gut. It's the time. Ich verkaufe das alles. Ich verkaufe das alles und ersetze es gegen bessere Sachen, weil guckt euch das Geld an. Ja! Ich weiß nicht, ich muss die eine Barista noch leveln. Aber jetzt machen wir mal hier richtig gemütliche Sitzplätze hin. Wir machen jetzt das Ganze hier nochmal. Und in der Mitte... In der Mitte kommt dann... eine Couch hin. So, das müsste... auch ein bisschen noch ein Stück, noch ein Stück. So. 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 Die Geräusche sind wirklich vom Spiel. Ich wohne am Land. Hier fahren nicht so viele Rettungsfahrzeuge und... und Feuerwehren herum wie in einem Spiel. So. Ist das zu teuer für mich? Nee, es geht voll. Das kann ich alles hier ausgeben. Und hier nochmal den. So, damit das Ganze noch ein bisschen schicker wirkt. Ich habe noch keine Pflanzen... Ich muss Pflanzen forschen. Habe ich es geschafft? Nee, noch nicht ganz. Aber gleich. Pflanzen. Tische passt auch noch. Aber ich erhöhe es mal ein bisschen. So. Okay, wir können umschalten auf... Was machen wir? Machen. Romantisch. So, Belohnung einfordern. Was habe ich bekommen? Bewertungen. Okay. So, es sieht doch schon richtig schick aus hier. Also, ich würde hier hingehen. So, was brauchen wir für Snacks? Da haben wir Schokoladenkuchen. Oh, lecker. Und? Das haben wir schon, das haben wir schon, das haben wir schon. Okay, dann stellen wir hier noch einen zweiten hin. Sieht schon richtig lecker aus, unsere Snacks hier. Gut, dann brauchen wir was auf dem Tisch. Oder Lampen. Ich feiere ich ja gar nicht. Ach, ich muss Gemälde auch erforschen. Okay. Hundenapf brauchen wir. Hundenapf. Oh. So, stell mal hier einen hin. Und hier. So, dann können die auch was trinken. Ich muss trotzdem noch mal kurz gucken, weil das läuft ja eh, oder? Neun Tassen. Was? Wieso nur neun? Weil Schokosirup. Dein Kaffee Fancy Dodo wurde ausgezeichnet. Die schlechtesten Zutaten der Welt. Okay, wir gehen jetzt mehr auf Qualität. I see. Ja, ja, ja. Ah, Schokoladensirup. Ja. Dunkler oder normaler? Dunkler Schokoladensirup. Ja, I'm sorry. Das war nicht so geplant. Wo komme ich den Schokoladensirup her? Hä? Muss hier sein. Butter Honig. Ich kaufe nur mehr das Beste. Vom Besten. I see. Ja. So. Und die neue Kaffeemaschine. Wie viel kostet die? Tausend. Die kaufe ich auch dann gleich. Wenn ich 1500 habe, dann kaufe ich die neue Kaffeemaschine. Versprochen. Und ich werde nur mehr die beste Qualität nachkaufen. Dann seid ihr hoffentlich zufrieden. Ei, ei, ei. Herausforderung kommt auch schon. Wie ist jetzt die Meinung zur Musik? Der Little Dodo ist günstig. Naja, wisst ihr was? Jetzt nicht mehr. Sieht gut aus hier. Gefällt mir. Ist das Kaffee, das mir bis jetzt am besten gefällt? Weil ich einfach auch schon mehr Plätze platziert habe. Das war ja bei den anderen. Bin ich ziemlich schnell immer fertig geworden und musste mich nicht so kümmern um Plätze und um das Aussehen vom Kaffee. Aber hier ist das ja ganz anders. So. Neue Herausforderung. Verkaufe fünf Snacks. Ja klar. Easy. Easy schaffen wir das. Topf für Sukkulenten. Das passt halt nicht so in diesen Weib rein hier. Das ist schade. Kriegst du hier ja gleich was anderes. So. Wir haben die 1500 Marke gleich geschafft. Wenn jemand kommt und was kauft. Ansonsten nicht. Was ist mit ihr? Sie müssen wir auch schulen. So. Sie müssen wir schulen. Ja. Ich investiere in sie, damit sie gut wird. Wir haben ja noch keine fünf Bohnen. Da brauche ich 100 Stilpunkte. Ja, ich shoppe jetzt eh dann weiter. Shoppt ja gleich weiter. So. Der Premium Schokoladensirup ist da. Aber die sollen trotzdem die anderen Feuer aufbrauchen. Okay. Abgeschlossen. Dankeschön. Geld kriege ich. Sehr gut. Okay. Schoko dunkel. Ne. Ich möchte nicht schoko dunkel. Habe ich nicht dunklen Schokoladensirup gerade erst gekauft? Ne. Habe ich nochmal das Schokoladensirup gekauft? Ah, Mist. Wo ist es denn? Hier. Schokolade Deluxe. So ist es nämlich. Nur das Beste für meine Kunden. So. Du wirst gerade schon trainiert. Trainieren wir das auch noch bei dir? Und du überall gut bist. Ich möchte nämlich, dass meine Barista überall gut sind. So. Weg ist es. Und weiter geht's. Ja, 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 ja. Wir haben ja keine Reinigungskraft. Aber es ist richtig easy, das selber zu machen. Premium Schokoladensirup ist hier. So. Was ist mit dir? Du bist überall gut und sehr gut. Das passt. Überall gut passt. Damit gebe ich mich zufrieden. Sehr gut brauchen wir erst, wenn wir. Brauchen wir gar nicht. Erst bessere Zutaten. So. Barista ist so schnell. Sehr gut. Mit der neuen Kaffeemaschine klappt das richtig gut. Die ist ja wirklich Schnelligkeit auf zwei. Dann gäbe es noch eine, die besser ist. Aber guckt euch mal den Preis an. Näh. Also. Näh. 3.000 Euro kriege ich ein Auto drum. Oh mein Gott. Zumindest ein gebrauchtes Auto. Brauche ich auch nicht. So. Wie geht es mal mit Pflanzen? Wie sich das anhört. So. So. Hier. Recherchiere 500 Gegenstände. Machen wir. Machen wir. Easy. Ich will keine Trends. Ich gehe nicht nach den Trends. So. Ich habe schon direkt neuen Gegenstände gefunden hier. Eine Weinstube. Eine Weinstube. Achso. Das ist ein Snack. Das ist ein Snack. Schokoladencupcake mit Stückchen. Oh. Lecker. Lecker. Was ist eine Weinstube? Ne. Ne. Das ist kein Snack. Hm. Ne. Kein Snack. Mann. Ich bin verwirrt. Hier. Eine Pflanze. Gebunden Natur. Oh. 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 Weinstube. Ach. Wirklich. Palmen. Also. Das ist ja richtig pretty. Ich will das haben. So. Als Eingang. ist ja voll pretty. Es ist aber nicht so. Oh. Es ist nicht in der Mitte. Guckt euch das an. Voll pretty. So pretty. Mag das hier auch noch machen. Oh. Oh. Fünf Bohnen. Ich krieg 2000 Geldprämie. Es läuft so gut. Mach ich gleich mit dem Zufall hin. Recherchiere 500 Gegenteil. Wieso hab ich erst drei? Was passiert da? Wieso erst drei? Hier. Wände, Fischboden, Lampen. Alles. Ich will alles. Gemälde Sonstiges. Ich will alles recherchieren. Tee, Milch, Sirup, Eiscreme. Besondere Zutaten, Toppings. Alles. Ich kann mittlerweile auch Matcha herstellen. Ach, guckt euch an, wie hübsch das ist. Das am besten dekorierter Kaffee in der Stadt. Das wundert mich gar nicht. Okay, ich soll Sahne bestellen. Wartet, ich muss jetzt wirklich mal hier. Little Dodo kann ich gar nicht mehr. Dicke Sahne brauche ich unbedingt. Dicke Sahne, dicke Sahne. Äh, nee, das bei den Zutaten. Hier. Bestellen wir ein bisschen was. So, da. Ich würde generell mal ein bisschen durchgucken bei den Bestellungen, was ich nicht mehr so habe. Hier bei Milch, da bestellen wir auch gleich mal was. Und Soja-Milch brauche ich nicht. Schokoladen-Sirup habe ich genug, oder? Ey, was habe ich denn da vorhin bestellt? Habe ich ja auch nicht. Schoko drauf los. Hier, ich habe so viel dunkle Schokolade bestellt. Das hätte ich nicht gebraucht. Ich habe sie eh zweimal bestellt. Ey, das nervt mich jetzt, aber gut. Gucken wir hier. Da habe ich ja auch noch so viel, aber ich bestelle jetzt auch mal bessere. Ich habe die Belohnung bekommen. Sehr gut. Butter. Ey, wer Butter im Café bestellt, den haue ich echt. Das kann man nicht tun. Man kann doch kein Butter im Café reintun. Das schwimmt ja dann auch so eklig oben. Weil das ja fett ist. Wie bei der Suppe. Bäh. Wie kann man nur. So, heiße Schokolade bestellen wir auch richtig gutes Zeug. Und jetzt kann ich mir nicht mal mehr die fancy Kaffeemaschine bestellen. Aber es ist okay, weil... Brauche ich eh nicht. Da. Let's go, mein Lieber. Bei dir ist auch alles auf gut. Das ist sehr schön zu sehen. Da kommt auch schon was. Wie sieht es denn mit dem Wasserfilter aus? Geht noch. So. Ich weiß, ich habe noch immer keine Gemälde gekauft. Ist aber vollkommen bewusst gemacht. Ja, damit ihr über das wisst. Britishes Sofa. Das ist das lange Sofa. Ja, das passt eh nicht dazu. Oh. Das muss in der Mitte scheinen. Ja, so. Und... Das kommt jetzt da hin. Genauso wie ein zweites Sofa. So. Pflanzen warten wir noch. Das sieht richtig cool aus. Oh. Die ganzen Bestellungen. Ja, ja. Das sieht so gut aus. Mein Café sieht so gut aus. Oh, ich freue mich voll. Ich freue mich so. Ist so schön. Können wir den Boden ändern? Oh, ja. Das sieht nice aus. Ist das zu viel? Also, ich hätte ja gerne den hier. Wie viel kostet das? 741. Witzig. Sollen wir das machen? Also, ich finde es geil. Ich finde es geil. Auch mit den Treppen und so. Ich finde es sehr cool. Wie sieht es denn mit den Wänden aus? So rosa Wand. Ne, das muss schon irgendwie Marmor sein. Aber da kann ich noch richtig viel erforschen. Wir lassen das jetzt erstmal so. Ich finde es richtig geil. So, willst du ein bisschen Rabatt bekommen? Hier. Du kriegst auch ein bisschen Rabatt. Einfach, weil ich gerade Lust habe. Das Kind auch. Gehe auch 10 Euro Rabatt. Einfach, weil ich es kann. Einfach, weil ich es kann. Wenn ich jetzt bankrott gehen würde. Ich weiß nicht, was ich tun würde. Ich weiß es nicht, was ich tun würde. So, was ist denn hier? 10 Schränke. Ach so, das kann ich akzeptieren. Ich wollte sowieso Schränke kaufen. Und zwar, was haben wir denn da so? Ich muss halt Platz haben für die Gemälde. Ich weiß nicht, wo ich die dann hinpacke. Ich könnte hier mal was hinstellen. Weil hier ist so, hier so davor. Das ist echt traurig hier davor. Weil da passiert nichts. So. Wo stelle ich denn die Schränke hin? Hier auch davor. Ja, wieso nicht? Kann ich ein bisschen Werbung dahin machen? Oh, ich habe kein Geld mehr. Wie teuer waren denn die? Ich habe gerade noch gesagt, wenn ich jetzt bankrott gehe, wüsste ich nicht, was ich tue. Gibt es irgendwie günstige Schränke, damit ich trotzdem noch das hier fertig machen kann? Oder ich verkaufe die wieder? Was kriege ich, wenn ich die verkaufe? Ach, eh wieder das Geld. Okay, Leute, ich verkaufe die zwei noch. Ich habe mich wieder aus dem Bankrand gerettet. Es läuft wieder. Nur ganz kurz Panik bekommen. Nur ganz kurz. Alles wieder gut. Alles wieder gut. So, bevor ich jetzt hier die Zeit übersehe, stoppe ich mal kurz. Wie viel hat denn das gekostet? Ja, 520. Ey, was habe ich mir denn dabei gedacht? Gerade das Plankenregal. Ach, das geht hier hin. Okay. Ja, wir können so nehmen die Mona Lisa. Das verschandelt die Mona Lisa halt voll. Ah, Schlüsselregal. Ich brauche kein Schlüsselregal. Ein Hirschregal. Das ist aber cool. Das passt auch nicht so in den Vibe hier rein. Ei, 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 ei. Hier. Kistenregal. Nee. Aber hinten? Da passt sowas eigentlich ganz gut. Kann leider nicht weiter nach vorne. Das ist belastend. Ach. Das ist zu groß. Das Pfeilregal feiere ich auch nicht wirklich. Planregal. Ach, das geht auch hier oben über den Fenstern. Einer irgendwie. Nee. Anaconda. Was habt ihr mit den Tieren? Eckregal. Farbige Boxen. Ich habe hier kein Eck. Wie viel kostet das? 200. Kleines Nachttischchen. Das ist aber süß. Aber wie soll ich denn so viele Regale besitzen? Die sind ja so teuer. Da muss ich aufpassen. Ich hänge denen hinten mal was hin. So. Damit ich das erfülle. Das muss ich eh wieder aufpassen mit dem Geld. Ich habe... Ich brauche noch vier. Ich will das Café nicht schließen. Lass sie bleiben. Ach so. Öffnen. Äh. Ich habe da hinten unabsichtigt drauf gedrückt. Okay. Da muss ich aufpassen. So. Dann mache ich halt hier noch zwei hin. Und dann sind die glücklich. Ich habe die glücklich. Na komm schon. Mein Gott. Ich habe wenigstens gute Bewertungen. Jetzt kann ich die ja wieder verkaufen. Oder? Kann ich die verkaufen? Ja. Gerade die zwei sind hässlich. Okay. So. Ja. Weiter geht's. Ach. Es ist hübsch. Ich will schon wieder kaufen. Was ist denn das? Ein Frosch? Ein Frosch. Ich will hier hübschere Pflanzen haben. Wieso habe ich hier nur so wenige? Jaja. Skulpturen kann... Oh. Die Skulpturen werden teurer. Wo stelle ich denn die ganzen Sachen hin? So. Dazwischen noch. Ja. Dann kann ich noch was draufstellen. Ah. Uhr mit weißer Katze. Kleiderbügel. Oh. Wie kostet der? 80. Das ist schick. Der ist durchaus schick. Können wir hier mal machen. Tja. Ja, ja. Meine lieben Leute. Ihr solltet euch beeilen und das Geld bei mir lassen. Dann kann ich auch ein paar Gemälde hin machen. Die euch gefallen. Sind die eigentlich von romantischer Musik begeistert? Ne. Die sagen nix. Ist ja neutral. Ich stelle die jetzt mal hier. Hier hin. Das stört die mich nicht so. Die Farbe von der ist auch hässlich. Aber das passt schon. Ist halt ne Jukebox. So. Nachfüllen. Hier auch. Nachfüllen. So. Es ist doch echt chillig. Wenn es gut läuft, ist es echt chillig. Heiße Schokolade noch bestellen. Alles klar. Machen wir. Aber die gute. Die gute heiße Schoki. Jetzt sollte mal wieder eine Auszeichnung kommen. Oder? Jetzt wird es mal wieder Zeit. Für eine Auszeichnung. Also nee. Ich kann ja gar nicht mehr. Weil ich ja schon fünf Bohnen habe. Was hat ein R gemeint? Handwerker sind sehr schlecht qualifiziert. Ach ja. Ich habe mich um meine Handwerker nicht gekümmert. So. Trenniere ihn mal ein bisschen. Huch. Das Geld. Oh mein Gott. Nein. Nein. Ich habe keine. Oh. Das hätte ich in London ja gelernt. Was klaut der? Ach Gott. Nein. Ach komm. Bitte klau nichts. Teures. Mein Handwerker steht gerade da. Aber der werde ihn nicht falten. Er schubst ihn einfach. Ja. Klau den Hund in ab. Das Sofa. Ey. Ich spinne. Er hat einfach das Sofa geklaut. Er hat einfach das Sofa geklaut. Ich glaube ich werde verrückt. Ich glaube ich werde verrückt. Hat er einfach das Sofa geklaut. Okay. Ab wann musst du denn hier sein? Ab 6 Uhr früh. Oh Mann. Aber er ist halt noch bis 6 Uhr abends da. Weil dann müsst ihr einfach zu Zeiten arbeiten, wo es euch nicht gefällt. Das ist halt dann so. Wir haben nur zwölf Stunden offen. Oh Mann. Heiße Schokolade, die kommt ja schon. Was fehlt hier? Kaffeebohnen. Kaffeebohnen, ja. Haben wir noch so viele. Stellen wir einfach. Gut. Wir überspringen. Boah. Der. Kontostadt hat null erreicht. Keine Panik. Alles wird gut. Die arbeiten jetzt fleißig und dann ist alles wieder gut. Der Kuss. Oh, ich kann mir Gemälde kaufen. Aber was ist denn? Sicherheitsdienst ist sehr schlecht qualifiziert. Lass ihn, er ist noch neu. Was ist hier? Sicherheitsdienst. Musik hier könnte besser sein. Ich kann euch ja nicht alle pleasen, oder? Was mit Soundtrack? Die goldene Münze wurde von dir während der Inventur gefunden. Echt jetzt? Eine goldene Münze? Krieg 100 drauf? Geil. Und wer macht hier für mich Inventur? Milch soll ich bestellen. Okay. Ja, es läuft ja jetzt wieder. Ihr seht, wie schnell das gehen kann. Man kann so schnell einfach in den Ruin getrieben werden. Aber auch so schnell wieder hoch. Boah, ich kriege hier immer mehr Zutaten. Richtig schwierig. Ich kann ja hier suchen. Melch, genau. Oha. 500 Snacks verkauft. Stimmt, Snacks könnte ich auch mal wieder hinzufügen. Oder habe ich nichts Neues? Nee, ich habe nichts Neues. Was forsche ich eigentlich gerade? Da habe ich ja auch so viel eingestellt. Das ist richtig. Hier. Feuerstelle. Oh, der Denker. Da forsche ich richtig fleißig. Herzensbrecher Espresso. Nee, Kaffeebohnen habe ich genug. Nicht, die kommen jetzt. Die kommen jetzt. Nee. Wieso? So, und du bist schlecht qualifiziert. Schnelligkeit. Gut. Nicht schlecht. Schlecht, schlecht. Ja, nee, da müssen wir noch warten. Das Geld ist knapp. Und der geht nicht, weil heiße Schokolade... Hä, habe ich nicht heiße Schokolade bestellt? Das gibt es doch gar nicht. Das kann doch nicht jetzt schon wieder weg sein. Habe ich mir das eingebildet, dass ich das bestellt habe? Oder habe ich was falsch gemacht? Wahrscheinlich bin ich schon so verpeilt heute, dass ich alles falsch gemacht habe. So wird es wahrscheinlich sein. Aber es läuft. Trotzdem. Guckt. Der hat schon wieder 50 Euro da gelassen. Und der geht nach Hause. Der will wahrscheinlich mehr Geld verdienen. Ja, ja, ich kenne doch meine Mitarbeiter. Neue Herausforderung. Stelle und speichere deinen eigenen Kaffee. Mit mindestens drei Zutaten. Latteart. Bewertung. Nee. Lass mal mal. Ich will Geld. Ich will als Belohnung Geld haben. Aber so von den Plätzen her passt ganz gut, finde ich. Das haut ganz gut hin. Ja. Ozeanischer Marmor. Wow. Wo? Gipswände? Wo ist Ozean... Hier, ozeanischer Marmor. Wow. Wow. Das ist aber teuer. Aber das ist sehr, sehr schön. Danke, Drohne. Neutral Zutaten. Ja, ey. Mittlerweile sind meine Zutaten echt gut. Habt ihr das noch nicht bemerkt? Der Espresso kommt jetzt, oder? Hä? Hä? 30 Einheiten? Wieso nehmen die den nicht? Wieso nehmen die die guten Zutaten nicht? Hä? Wieso nehmen diese... Ich hab doch so viele Kaffeebohnen. In Gebrauch das hier. Wait a second. Ich muss es hier hinpacken, oder? Ja. Okay, ich muss alle nach oben packen. Ich denk mir schon, ich hab doch so viele Zutaten von überall. Wieso funktioniert's nicht? Aber jetzt klappt's dann wieder. Ja, das weiß man halt auch nicht. Wenn man's nicht schon mal gemacht hat. Also hier... Also hier... Es ist nicht die Lieferposition, das ist eher die Gebrauchsposition. Ja. Ja, ich weiß, dass keiner da ist. Mann, meckert doch nicht. So, und nur, wenn die schlechten... Also, wenn die guten Zutaten aus wären, dann nehmt ihr die schlechten Zutaten. Was ist jetzt? Ein Dieb hat dich gerade ausgeraubt. Danke. Danke für gar nix. Ich sollte Sicherheitsdienste immer einstellen. Tragisch. Die Diebe sind heute richtig krass. Aber ja, so läuft das in einem Fünf-Sterne-Hotel. Da muss man halt auf seinen Kaffee aufpassen. Meine lieben Leute, das war's mit dem heutigen Part Espresso Tycoon. Das hat mir eine Menge Freude gemacht und viel, viel Spaß. Diese Mission dauert natürlich um einiges länger. Deswegen müssen wir gucken... Ich stopp das kurz mal hier. Deswegen müssen wir gucken, dass, äh, ja, das am Laufen bleibt und wir die Gemälde jetzt dann auch bald kaufen. So haben wir das Café ja jetzt echt schick gemacht. Mit genügend Plätzen. Es ist sehr cozy. Ich find's wirklich sehr, sehr schön. geworden. Also, das mit dem Grün, das gefällt mir ja sowieso. Ihr kennt mich ja. Aber nächstes Mal geht's dann mit der Mission weiter. Und ich hoffe, nächstes Mal schaffen wir es auch, die vielleicht schon abzuschließen, die Mission. Wir werden gucken, wie's läuft. Und ja, das war's mit dem Part. Gebt mir jetzt gerne einen Daumen noch um. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, macht das mal. Es würde mich sehr, sehr freuen und sehr, sehr unterstützen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Wenn's wieder heißt, Cersei Barista ist am Start und öffnet wieder ihr Café. Seid dabei! Es würde mich freuen. Bis dann. Ciao! 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 Bis zum nächsten Mal.